Horoskop für heute, Krebs, 9. September 2024. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie zu Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Kompatibilität mit anderen Zeichen. Der Mond wandert heute früh in Ihren Kreativitätssektor und hilft Ihnen, Spannungen durch kreative, unterhaltsame Aktivitäten abzubauen. Da er Maß in Ihrem Zeichen erreicht, sind Sie besonders daran interessiert, Dinge geschehen zu lassen. Im Laufe des Tages steht die Sonne jedoch in Ihrer jährlichen Opposition zu Saturn, was auf eine Straßensperre oder Realitätsprüfung hindeutet. Diese Opposition erstreckt sich auf Ihre Kommunikations- und Transitzsektoren. Wenn Sie etwas schleifen gelassen oder eine Verantwortung oder einen Auftrag vernachlässigt haben, kann dies jetzt wieder in Ihre Aufmerksamkeit gelangen, möglicherweise mit einigen geringfügigen Konsequenzen. Dies könnte auch ein Zeitpunkt sein, um die Grenzen von Zeit oder Energie für ein Projekt zu erkennen, das Sie vor etwa einem halben Jahr begonnen haben. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um reifere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Obwohl Kritik ins Spiel kommen kann, ist es möglich, daraus zu lernen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, versuchen Sie, zu verkleinern oder zu reduzieren, anstatt sich mehr vorzunehmen. Wenn Sie dachten, die Tage davor seien herausfordernd gewesen, werden Sie heute und morgen noch stärker. Die mächtige Sonne, unser großes Licht, dreht sich freudig in Ihrem Solarhaus der Ideen. Allerdings wird Sie den eisigen Blick eines beißenden Saturns am Himmel in Ihrem Solarhaus erhaschen. Dies zeigt, dass, wenn Sie mit Ihrem Liebhaber Reisepläne geschmiedet haben oder bereits unterwegs sind, schlechte Nachrichten, eine Tragödie oder Herausforderungen auftauchen könnten. Wenn Sie mit jemandem aus der Ferne ausgehen oder für einen weit entfernten Liebhaber umziehen möchten, werden Sie heute vielleicht feststellen, dass es nie klappen wird. Eine finanzielle Chance könnte sich ergeben, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Jemand könnte sich mit einem Angebot an Sie wenden, wenn Merkur im Löwen im Quadrat zu Uranus im Stier steht. Allerdings könnte Sie etwas an diesem Angebot abschrecken. Vielleicht gefällt Ihnen derjenige nicht, mit dem Sie zusammenarbeiten würden, insbesondere wenn es sich nicht um einen echten Freund handelt. Es könnte auch eine finanzielle Frage im Raum stehen, wie viel Sie verdienen oder welche Vergütung der Job mit sich bringen könnte. Sammeln Sie weitere Informationen, bevor Sie entscheiden, wie Sie mit dieser Chance umgehen möchten. So stark Sie spirituell auch sind, Sie müssen mit Schüchternheit kämpfen, um in diesem Leben zu bekommen, was Sie wollen. Wenn die Astralenergie im Spiel ist, wird Ihnen eine Verschnaufpause gewährt, in der es in Ordnung ist, ein wenig umherzuwandern und über Dinge nachzudenken, eine natürliche Neigung bei Ihnen. Erwägen Sie jedoch, sich an Aktivitäten wie Boxen, Kickboxen oder Karate zu beteiligen, um Ihr Selbstvertrauen und Ihre Motivation zu steigern. Probieren Sie in der entsprechenden Umgebung Schreien und Schlagen aus. Abgesehen davon, dass Sie all diese angestaute Energie freisetzen, könnten Sie eine neue Seite von sich selbst kennenlernen. Dies wird ein großartiger Tag, da alle Schwingungen im Moment ungleichmäßig sind und eine relativ günstige Zeit einleiten werden. Gehen Sie auf andere zu, erneuern Sie Ihre Ideen, informieren Sie sich und teilen Sie mit, was Sie denken, aber hören Sie auf, Ihre Familie und Freunde in Ihre Projekte einbeziehen zu wollen. Ihre starke Persönlichkeit muss flexibel sein, denn dann werden Sie sehen, dass Ihre Initiativen sehr schnell Früchte tragen. Während Sie warten, tanken Sie neue Energie in Ihrem Gefühlsleben, indem Sie den Charme der Person, die Sie lieben, wiederentdecken. Alle vier Wochen erinnert Sie der Mond daran, Arbeit und Privatleben ins Gleichgewicht zu bringen, bevor Sie am Wochenende zu einem spielerischen und kreativen Teil Ihres Horoskops zurückkehren. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt in Ihrem Berufsjahr, an dem dies kein Problem sein sollte, aber angesichts der positiven Entwicklungen in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere in der kommenden Woche ist dies eine rechtzeitige Erinnerung. Darüber hinaus wird der freundliche Aspekt des Mondes zu Mars in seinen frühen Tagen im Krebs Ihr Gefühl von Energie, Vitalität und Motivation steigern. Zwei Tage nach dem Mars, der Planet der Leidenschaft und der Kriegerplanet des Kosmos, ins Sternbild Krebs zurückgekehrt ist, wird die Rückkehr des Mondes in Ihren romantischen Sektor Sie heute in einen freundlichen Aspekt bringen. Bei diesem letzten Besuch vor der Rückkehr von Venus, dem Planeten der Liebe, wird der Mond am Wochenende einen freundlichen Aspekt zu beiden Planeten in einem abenteuerlichen Teil Ihres Horoskops bilden und eine Mischung aus Romantik, Leidenschaft und Abenteuer zusammenbringen, die einen Vorgeschmack auf das gibt, was noch kommt. Täglicher Planetenüberblick Merkur im Löwen steht heute im Quadrat zu Uranus im Stier, und Sie könnten die Welleneffekte in Ihren Interaktionen spüren. Es ist einer dieser Tage, an denen die Dinge nicht wie geplant laufen, an denen Sie von Wendungen überrascht werden und Sie verzweifelt versuchen, den Moment zu verstehen. Haben Sie schon einmal an einem Gespräch teilgenommen, bei dem Ihnen etwas Unerwartetes über die Lippen kam? Ob es sich um einen unbeabsichtigten Versprecher oder eine plötzliche Offenbarung handelt, heute könnten diese Momente in den Vordergrund rücken. Vielleicht wird ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet, oder die ungefilterten Worte einer anderen Person könnten für Überraschung sorgen. Was auch immer passiert, der Schlüssel ist, ruhig und gelassen zu bleiben, auch wenn Sie sich durch diese unerwarteten Entwicklungen aus dem Konzept gebracht fühlen. Es ist nicht immer leicht, ruhig zu bleiben, insbesondere wenn diese Überraschungen sensible Bereiche berühren oder unter der Oberfläche lauernde Frustration und Wut verstärken. Aber hier haben Sie die Gelegenheit zu zeigen, wie anpassungsfähig und belastbar Sie sein können. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der die Dinge eine plötzliche Wendung nahmen, aber Sie konnten sie mit Gelassenheit meistern, indem Sie sie mit Anmut durchquerten? Denken Sie daran, dass Sie die Kraft in sich haben, mit allem fertig zu werden, was heute auf Sie zukommt. Atmen Sie tief durch und gehen Sie jede Situation mit Geduld an. Sie werden überrascht sein, wie viel reibungsloser alles ablaufen kann. Im sozialen Umfeld werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass Sie zugänglicher sind und von den Menschen, die Sie treffen, geschätzt werden. Ihre Energie hat etwas an sich, das Menschen anzieht. Sie ziehen vielleicht sogar Ihre Gesellschaft der von jemand anderem vor, ohne dass es dafür einen erkennbaren Grund gibt. Das kann sich wunderbar anfühlen, aber seien Sie sich des Neids oder der Eifersucht bewusst, die es bei anderen auslösen könnte. Manchmal, wenn es uns gut geht und die Dinge scheinbar nach unseren Vorstellungen laufen, kann das ungewollt Reibereien mit anderen hervorrufen, die Probleme haben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass dies passiert, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihr Verhalten zu überprüfen. Treten Sie unabsichtlich anderen auf die Füße, um das zu bekommen, was Sie wollen. Seien Sie darauf vorbereitet, Ihren Enthusiasmus bei Bedarf zu zügeln und die Dinge im Gleichgewicht zu halten, um peinliche Situationen zu vermeiden. Es ist auch eine Zeit, in der man mit Genüssen vorsichtig sein sollte. Ob beim Einkaufen, Essen oder in der Liebe, es besteht die Gefahr, von einem vernünftigen Weg abzuweichen und destruktivere Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Wir alle kennen diese Momente, in denen wir uns von der Aufregung des Augenblicks mitreißen lassen und unsere langfristigen Ziele aus den Augen verlieren. Aber denken Sie daran, dass jeder Idealist oder Träumer sich irgendwann der Realität stellen muss, seine Visionen in etwas Solides und Nachhaltiges umzusetzen. Es ist wunderbar, große Träume zu haben, aber stellen Sie sicher, dass Ihre Pläne in der Realität verankert sind. Haben Sie schon einmal einen Traum verfolgt, nur um festzustellen, dass Sie nicht das richtige Fundament gelegt haben? Heute erinnern wir Sie daran, auf festem Boden zu bauen. Wenn Sie weiterhin unrealistischen Träumen ohne Plan nachhängen, könnten Sie wichtige Gelegenheiten verpassen und am Ende Ihre wertvollen Ressourcen verschwenden. Gehen Sie in finanzieller Hinsicht vorsichtig vor. Heute ist nicht der Tag für große Risiken oder verschwenderische Ausgaben. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, bescheiden in Ihren Bedürfnissen zu sein und sich mit kleinen Gewinnen zufrieden zu geben. Manchmal summieren sich diese kleinen Gewinne im Laufe der Zeit zu etwas viel Größerem. Haben Sie schon einmal jede Woche ein bisschen Geld beiseite gelegt und waren dann angenehm überrascht, wie schnell es gewachsen ist? Diese Art von Energie sollten Sie heute nutzen. Wenn Sie Ihre finanziellen Entscheidungen im Auge behalten, können Sie sich schon bald etwas Besonderes gönnen. Und schließlich lassen Sie den Tag nicht verstreichen, ohne auf Ihr körperliches Wohlbefinden zu achten. Sie wissen, dass Sie sportliche Fähigkeiten in sich haben, warum nutzen Sie diese nicht? Sport muss keine große Anstrengung sein, aber Bewegung in Ihren Alltag zu integrieren, kann Wunder für Ihr allgemeines Wohlbefinden bewirken. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Wellness-Tag in Ihre Woche einzuplanen, sei es eine Yogastunde, ein Spaziergang in der Natur oder einfach nur etwas Zeit zum Meditieren. Sich um seinen Körper zu kümmern, bedeutet nicht nur Fitness, es geht darum, sich um sein ganzes Selbst zu kümmern.